So Leute, willkommen zu meinem neuesten Vlog. Jason ist dabei, der hat sich neue iPhone X gekauft. Digga, was? Er hatte damals iPhone 8. 8 Jahre, 7 Jahre, kein Muck mehr. Mit 256% Speicher. Er hat so viele Höhlen bekommen. Moment, tschüss. Der sieht schön. Und noch so ein Weiß. Und von Apple sogar, aber den werde ich nicht tragen. Ich glaube, der sieht geil aus. Der sieht wirklich geil aus. Also der hier sieht wirklich geil aus. Digga, jeden Monat neue Handy. Ich habe auf YouTube 10 Videos, wo du neue Handy gekauft hast. Ja, aber was hast du hier wieder? Neue Handy, ne? Ja. Also auch neue Handy. Ja Leute, wir sind jetzt unter, also es ist bei Siemens hier, unter Brücke. Ja, wir richten schnell das Handy ein und danach kommen vielleicht damit auch Vlogs oder so. Mal schauen. Ja, das kann ich ja morgen oder so später machen. Später, ja. Also und ich wollte auch tauschen, weil das hat halt IPS-Display und OLED viel besser. OLED. Und wegen mehr Speicher. Ja. Hat 256 Speicher, das ist gut. Damit kann man 5 Stunden lang 4K Vios aufnehmen gefüllt und du hast immer noch. Hoffentlich erlang der Speicher. Ja. Glaubt schon? Ja. 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 So Leute, wir gehen jetzt mit... Genau, wo ich filmen wollte. Ja Leute, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Die haben gerade gekinnellt. So bing bong, ding dong. Ich filme gerade mit dem iPhone XR rot. Gell? Ja. Das ist sehr schön. Also Kamera. Aber ich glaube, das merkt man schon, dass das iPhone Kamera ist. Ja, das merkt man immer direkt. Ja. Das ist besser. Gell? Samsung besser. Heute scheint die Sonne sehr schön hier. Gell? Ja. Tschuuu. Wie der erste Mal mit iPhone will. Nein, das ist schon 20 Franken. Egal. Er wollte unbedingt ins Kamera. Sehr schön Leute hier. Tschüss. Macht der Weltreise hier am Ende. In Nürnberg Weltreise. Ja, kann man machen. Wo war der überall? Tschüss. Deutschland haben sie Albanien und so. Aber die Türkei nicht. Das geht nicht. Griechenland war ja aber dafür. Ja, genau. War der noch? Ja, hat man ja. Ja, hat man gesehen. Also, hier scheint die Sonne, Leute. Die Luft aus Griechenland hat der Auto schon eingeatmet. Ja. Sehr schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Tesla. Ja. So Leute, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Wir haben uns nur kurz getragen. Ein bisschen quatschen, rumspazieren hier. Und den neuen iPhone zu gucken, gell? Ob da alles auch passt. Ja, das ist auch funktionieren. Ja. Ja. Ja, Leute. Auf jeden Fall checkt bei Jason ab. Und hiermit beende ich den Vlog. Ich weiß, das ist ein kurzer Vlog geworden. Oder kurze Info. Oder kurze Unboxen von Internet. Unboxen von einfach nichts. Naja, das heißt nichts. Ja, aber. Ja. Muss ich eigentlich zeigen, wie man den Box aufmacht. Wie man den Handy rausnimmt. Ja. Egal. Ist halt kurze Mitnehmensvlogs geworden oder so. Keine Ahnung. Ja, Leute. Ich beende den Vlog. Und. Tschüss.